willkommen zurück zu skyrim weiter geht's vor allem ein bisschen mehr erfahren über albin über ihn hier hat und betrachten allgemein ja jetzt sind die frage wie gehen wir jetzt weiter einmal hier oben als das ist doch wirst ein genau warum ich nicht mehr zuflucht wir wissen dass wir nach winter im arschlecken bis die karte kunden was habe ich auch noch vor zu machen die ganze karte zu erkunden sind wir hier oder alles raus immer genau oder wollte ich hin unsichtbar brauchen wir nicht wir haben einen schrei gelingen feuerat im feuer hier hehehe heikäule wird man hoch zur schneeschleier zuflucht sein auch ein optionales gebiet wir sind zu fluchten da habe ich mal hingehen außen um die stadt herum wie auch fast 100 ok nicht viel ich weiß aber egal hat dass die tür belegen sie immer anlassen aber ich sag die kontrolle haben belegen beziehungsweise die kontrolle ist ein bisschen anders als zum beispiel bei eso bei eso spielt man mit x hier spielt man mit dreieck ach ja ich habe alles noch im kopf noch noch geht es noch geht es da ist es schon da haben wir oben das symbol schneeschleier zu flucht ja 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 in deinem face was los achten schon nix achten warte auf mich ich komme kollege runter ja 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 so gut ruhig dich ich bin doch nicht da ist er gewesen von mir runter ich müssen töten nur ein bisschen nutrache um herunter schon mal ab sowas ja ja und jetzt nicht nicht viel ausgehalten knochen lassen wir ja aber gold kann man mit er gibt mal es gibt mit ihren namen ich höre nicht nur schmetterling norden mitte und geh ich nach denn eine krabbe oder was ach da er locker lassen mal was was toto hochkommen kommen ja okay wo bist du ist er ja hockey hat ihm gefallen jetzt können wir jetzt zur schnee zuflucht richtung zumindest schon mal hinlaufen muss man das noch so und sie in den weg kommt ja so hoch der schweiz die viecher hier wirklich gern wo wollte mit dem stehen den lecken schluch auch er hier war nervt mich nie staub ok mit wahrscheinlich für alchemie ich mal so von aus die anderen beiden jetzt wasser auch egal er da sind weg und fertig ach guck mal an die lichtmutter wo sie meine kinder nicht genug gleichen tuch nichts mehr weiter wir kommen ja mal so schnell zuflucht vielleicht zwei zufluchte zu flüchten eine zuflucht zu flüchten keine ahnung die karte kunden gehen warum nicht wulf ja ja genau in der face weiter geht's auch meine störungen oben sie immer noch nix wohnen wenig sollten sein und spiel auf der hier oben ich habe aber was entdeckt was nicht wo es ist will er ich habe keine ahnung wo es sein sollen soll das hier sein komisch wir können eingang nur ein paar felsen komisch aber ja auch nix da schlecht zu sehen weil ich bin blind ja hier ist ja was ich bin ich mir so gerne dass muss deswegen als man muss ist musik ok ich muss gesagt und ist hassen da nur schrott bist du bei niedrige notiz okay ja warum brauchen wir nicht lassen mal wo ist es die glatzköpfige achter mit dem alchemie habe aber nichts nichts machen aber auch nicht hat nichts kochtopf kochen will ich nix eine frage des stolzes so immer früß aber mit mitnehmen ein muscher beutel herkommen als chemie ist der tanz und feuer band 3 kuppel die man sagt hier warum nicht da kann ich jetzt war schon alles hier an pilze hier ist weiter noch auf das geht sich weiter aber sehr klein als kuppe im gucken karte da geht es noch weiter da ist dann was hier ist doch ende oder hier geht auch nicht muss ich schon die beiden sachen niederlegen edel und amulett amulett genau aber wo sie das herbekommen wenn man später hin ich habe es nicht wie das eine noch ist ein anderer da habe ich irgendwas bei ich glaube nicht nix in dem ach mal ja auch noch die verkaufen nehmen soll es später noch mal hierhin kann ich nix machen alles bett aber wahrscheinlich nur die schnitt quest auch kommen dann mal hierhin aber er da passt das wunderbar in die folge rein dann sehen wir uns in der nächsten folge zu skyrim dann schön mitte wir haben ganz ehrlich gesagt wir haben Third Bis zum nächsten Mal